Kommt mit meine Tränchen. Erledigt das mal. Für mich am besten. Rote Tränen, rote Tränen. Au, 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 au. Ähm. Ähm. Bitte seine gute Träne. Äh, Pille. Hearthstone. Supi. Supidupi. Ein Itemraum wäre jetzt ganz nett. So ein Raum mit vielen Gegnern ist jetzt immer ideal. Viele kleine Gegner. Das ist ein guter Raum. Weil dann kriege ich Angriffskraft. Bäm, 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 bäm. Na komm. Äh. Autsch. Schlüssel. Autschi, dautschi, dautschi. Ich will die kleine Fliege töten, damit ich mehr Schaden mache. Ah. Hilfe. Pestilenz. Kein Problem. Der spawnt Viecher. Normalerweise. Normalerweise. Da, da haben wir ihn. Autsch. Bisschen mehr Schaden halt. Oh. Spinne. Oh, noch eine Spinne. Komm her. Jawohl. Jetzt mache ich den Schaden. Jawohl. Stirb. Hey, hey. Komm nicht da raus. Wir wollen sich nicht zeigen. Ähm. Den Cube kann man nicht wegwürfeln. Kann man nicht. Deswegen nehmen wir ihn einfach mal mit. So ein bisschen Projektilabwehrung können wir auch, Abwehr meine ich, können wir auch gut gebrauchen eigentlich. Wann kommt denn da dieser dreckige, dreckige, drecks, drecks, drecks? Drecks. Ähm. Wie mache ich das jetzt? Ich würde gern die Bomben haben. Muss ich das jetzt mit zwei Bomben regeln? Tatsache. Egal, eine Bombe. Eine Bombe kriege ich daraus. Ne, ich hätte es mit einer regeln können. Egal. Alter, wann kommt denn da dieser Itemraum? Ich hätte die Six noch dreimal aufladen können oder so. Ich mag die Gegner nicht. Oh. Hallo. Stirb. Ey, der Eis im Raum, ne? Wo bleibst du? Okay. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Ja, was Gutes. Health up. Hat sich also wieder geregelt. Immer noch kein Itemraum. Das ist aber schön. Zählen die einzelnen Körperteile von Larry als Gegner? Sodass Bloody Last gesteigert wird? Und sehen wir gleich. Hilfe! Alter! Ja, tun sie. Aua. Tue ich mir mal eben holen. Oh! Den zweiten Geheimraum auch aufgesprengt. Was haben wir denn da Schönes? Ace of Spades. Höhere Chance auf Karten und so'n Scheiß. Und nicht ob das Child's Heart das eigentlich besser ist. Ja. Nehme ich das Child's Heart und gucke eben, was das blaue... Bad Gas, okay, ist nicht schlimm. Die ist nicht schlimm, nicht schlimm. Da ist der Eis im Raum. Hi! Baby. Bam bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Ich hasse es, wie die sich einfach gegenseitig verteidigen auch noch. Aber immer wenn die sich in so ein Gewulz verwandeln, steigert das meine bloody Last. Deswegen ist das ganz gut. Alter, stirbt doch mal. Item-Raum. Monstrous-Tooth, den ich nicht gebrauchen kann. Ja, das nehme ich. Ab, hey, ab. Nimm ich, nimm ich. Das ist eine gute Sache. Ab, geht schon in die nächste Ebene. Mir fehlt es ein bisschen an Münzen, habe ich das Gefühl. Ja, ich war ja noch nicht einmal im Shop drin. Naja. Kommt ja auch so ganz gut durch mit dem D6. Weiter geht's. The Depth. Nr. 1. Fistula. Fistula, 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 Fistula. Die zählen auch als jeweiliger Kill, deswegen ist das prima für Bloody Last. Bäm, 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 bäm. Schön. Jetzt würde ich gerne den Eisenraum ganz schön schnell finden. Immer noch. Autsch. Hilfe. Wieso spreng ich das? Ach, egal. Tammy's Head. Ich kann's kurz mal benutzen. Hier. Ja, ganz dufte. Brauche ich aber nicht. Würfel ich weg. Gleich. Brauche noch einen Raum, dann kann ich's erst wegwürfeln. Hey, Larry. Aua. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Zack. Zack. Jetzt gehen wir mal eben neu würfeln. Gib mir eine gute Item. Du bist keine gute Item. Gib mir eine Karte. Das war doch wieder ganz gut. Strength ist gut. Stärke für mich. Was ist hier so? Oh, ich mag die Gegner nicht. Sobald ich ein paar tot habe, ist das aber nicht mehr schlimm, weil ich ja dann bloody Last aufgemotzt hab. Bäm, 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 bäm. Da, einer tot. Noch einer tot. Tot, tot, tot. Tot. Zehn Münzen. Auf dieser Ebene waren noch gar keine roten Münzen, ne? Äh, roten Herzen. Ich behalte das erstmal. Behalten wir's erstmal. Ne, das brauche ich nicht. Weiter. Da ist der Itemraum. Ah. Hilfe. Hilfe. Bäm. Was ist da drin? Nein. Itemraum. Brauche ich nicht. Das ist besser. Little Jet. Der gibt mir nämlich Herzen. Ich weiß nur nicht, wann. Ich will aber gerade nicht nachgucken. Ist mir zu doofe. Ich glaube, jeden dritten Raum oder so gibt dem ein Herz. Oder zweiten. Irgendwie sowas. Oh nein. Hilfe. Uuuh. Uuiuiui. Uiuiui. Alter. Das waren viele Kills. Da ging der in der Fist. Bäm, bäm. Herz. Spare ich mir erstmal das Herz? Ah. Diese Gegner verhäuft dich. Verhäu... Läuft da einfach mal auftreten. Ich hasse das. Wow. So, einer weniger. So. Hm. Stirb, 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 stirb. Danke. Den hässlichen zuerst. Bäm, bäm. D-6 aufladen. Äh. Benutzen. Gucken, was wir jetzt schönes kriegen. Bestimmt wieder irgendeine Scheiße. Den Quarter, den nehme ich. 25 Münzen. Ha. Das dachte ich mir doch irgendwie. Hallo, Greed. Willst du mir meine Münzen wieder abnehmen, ne? Willst du, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ach, du schaffst das sogar auch noch, ey. Verreckt an irgendeiner Kretze, ey. Ganz ehrlich. Gib mir meine Münzen wieder. Ja, Hilfe. Bin ein bisschen schnell geworden. Dafür habe ich im nächsten Raum dann schön viel Geld. Äh, im nächsten, in der nächsten Ebene. Genug Geld für jeden möglichen Scheiße. Äh, ich wollte mir das Herz da zum Beispiel schon mal mitnehmen. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Ja. Aua. Aua, 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 Aua. Nicht mich angreifen. Autsch. Hilfe. Ich weiß, dass die mich nicht treffen. Okay, jetzt haben sie mich getroffen. Jo, machen wir. War. Dann benutzen wir doch direkt mal die Stärke. Weil wir dann einfach mehr Schaden machen. Ach, Hilfe. Da oben. Und jetzt hier wieder in der Mitte. Gib mir deine Bomben. Die hier nicht gebrauchen kann. Verdammte Scheiße. Nochmal. Unten. Oben. In der Mitte. Unten. Oben. In der Mitte. Und ich treffe einfach gar nicht, ne? Okay, so gut. Der zieht sich halt ein bisschen, weil er keine Viecher spawnen kann. Und deswegen meine Bloody Last nicht, äh, verstärkt wird. Aber es regelt sich ja trotzdem. Und aus meinem kleinen Cube wird jetzt ein schießender Cube. Yay. Sonst noch irgendwas, was ich machen kann hier? Ups, ich glaube, das war ein bisschen tief. Kann ich eigentlich nichts mehr machen, oder? Nein. Weiter geht's. Tiefen 2. Ah, Hilfe. Aua. Du kriegst mich nicht tot. Ach, immer treffe ich zuerst den Shop. Hetzend. Aber ich habe jetzt auch genug Münzen. Den Shop kann man leider nicht, äh, neu würfeln. Mobs, mobs, ja, mobs, mobs purse. Wir haben jetzt mobs purse genommen. Wir können einen Trinket mehr nehmen. Also, falls wir noch einen Trinket finden sollten, dann nehmen wir das auch gerne mit. Weil wir mobs purse haben. Ah, ich nehme das kleine. Gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Hilfe, wie soll ich das denn regeln? So, jetzt hier unten hin. Zieht sich jetzt zwar etwas, aber egal. Jetzt dich hier. Aua. Miau. Larry. Hi. Kennt man ja noch gar nicht von dir. Einer weniger. Ich glaube, Häufchen zählen auch dazu. Weiß ich gar nicht gerade. Das wäre aber nett. Ich glaube aber, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Hier ist direkt der Boss und das ist, ich darf es nicht vergessen, das ist Marm. Und deswegen, ich kann danach nicht wieder zurück, um irgendwas wegzuwürfeln. Deswegen direkt jetzt zum Itemraum. Oh, ich bin nicht gerade umgelaufen, weil ich gerade nicht hingeguckt habe. Hier. Ich bin ja auf. Hier ist mein Essen. Ich bin ja auf. Oh, ich bin ja auf. Okay. Münzen. Münzen, 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 Münzen. Jetzt bräuchte ich mal nie gleich Power. Das finde ich jetzt ganz dufter. Aua. Geh weg, geh weg. Haut ab. Aber man, ich hasse diese Gegner. Besonders wenn man in die Enge getrieben wird. Enge, 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 Enge. Schlüssel. Hier noch irgendwas... Oh, 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 lass mich zu dir. Kann ich das irgendwie so machen, dass ich so... Jawohl. Gib mir. Gib mir was. Komm schon. Jawohl. Das will ich aber nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Hm. Will ich nicht. Kein Bock. Nehme ich nicht. Lass mich hier vorbei. Was bist du? Gib mir nicht noch mehr Items. Die nehme ich aber jetzt mit. Weil ich einfach nicht genug Möglichkeiten habe. Und einen Range-Up kann ich ja noch vertragen. Hallo. Ah. Hilfe. Alter, hört auf zu schreien. Ihr nervt. Autsch. Spawn nicht neben mir. Bitch. Attuce. Ich bin. Ja. asteroid.